Transferbilanz der Bundesliga, FC Bayern von neuem Shoppingmeister der FC Bayern will mit aller Einfluss zurück an eben diese Bundesligaspitze. Das demonstrieren selbst eben diese mit Distanz größten Investitionen aller Klubs in dem Sommertransferfenster. August ist in der Bundesliga nicht verwunderlich bar große Sensationen verlaufen. München, der Deadline Day an den 30. Die Promoter der deutschen Klubs durchführen den Großteil ihrer Hausaufgaben mit Vergnügen früh genug und sind aufgrund ihrer Aspekt auf dem Absatzgebietgebiet in vielen Fällen selbst darauf angewiesen. August, noch Transfernachrichten aus den Klubs der Bundesliga ein, abgesehen von Ausruhen einige potenzielle Zielmärkte geöffnet, etwa in der Türkei oder Saudi-Arabien. Vereinzelt rieseln selbst an dem Samstag, 31. Dennoch lässt sich ein erstes Endergebnis extra dasjenige Transfergeschäft der Bundesligisten ziehen. Wenig verwunderlich ist dabei, welcher Klub am vorderen Ende der Ausgabentabelle liegt, der FC Bayern hat für Hiroki Ito, João Palinha und Michael Ohlesse zutiefst in eben diese Täschchen gegriffen. Abgesehen von schlägt eben diese Festverpflichtung des bereits weiter verliehenen Brian Saragossa in das Kontor. Die Gesamtausgaben des Rekordmeisters belaufen sich hinter Angaben des Branchenportals Transfermarkt auf 142 Millionen Euro. FC Bayern erlebte drittteuersten Sommer der Bundesliga-Vergangenheit. In der Vergangenheit der Bundesliga gab es daraufhin erst zwei Sommertransferperioden, in denen ein Klub viel mehr Barschaft für Neuzugänge hingelegt hat. Im Sommer 2023 Dolmetschen RB Leipzig und eben diese Bayern, vornehmlich wegen des Rekordtransfers von Harry Kane, eben diese Buhn von 150 Millionen Euro. In Aussicht auf eben diese dabei abgeschlossene Wechselzeit auf den Füßen aufrecht stehen eben diese Münchner ziemlich alleine am vorderen Ende. Über 60 Millionen Euro minder bedeutend hat Borussia Dortmund denn der Klub investiert, der eben diese zweithöchsten Auflageziffern an einer Stelle hat. Um eben diese Spalte zu verdeutlichen, außer Bayern und dem BVB haben mit dem VfB Stuttgart und Leipzig schon zwei Klubs insgesamt extra 60 Millionen Euro für Neuzugänge hingeblättert. Die Investitionen der Münchner sind aufrecht vor diesem Ursache bemerkenswert und demonstrieren, als wichtig der Wunsch ist, hinter dem Schluss der Meisterserie nochmal zu einem Branchenprimus aufzusteigen. Double-Sieger Bayer Leverkusen übrigens hat schon 53 Millionen Euro an Ablösen oder Leihgebühren gezahlt. Transfergeschäft zeigt Mehrklassengesellschaft in der Bundesliga beim Aussicht auf eben diese übrigen Klubs der Bundesliga wird noch deutlicher, als dasjenige Transfergeschäft eine Mehrklassengesellschaft hinterlässt. Während eben diese Münchner alleine dürftig ein Gegend des gesamten Investitionsvolumens der deutschen Erstligisten getragen haben, entfallen auf eben diese untere halbe Menge der Bundesliga schon kreißzirkulär 9,5 Prozent. Knapp 57 Millionen Euro haben eben diese neun sparsamsten Vereine für all ihre Neuzugänge aufgebracht. Also schon schwach viel mehr, denn bei dem FC Bayern jeweilig alleine für Ulysse und Pal hin hart zahlbar wurden. Die Transferausgaben der Bundesliga-Klubs in dem Sommer 2024 FC Bayern 142 Millionen Euro Borussia Dortmund 80 Millionen Euro VfB Stuttgart 75 50 Millionen Euro RB Leipzig 64 Millionen Euro Bayer Leverkusen 53 Millionen Euro TSG Hoffenheim 51 Millionen Euro Eintracht Frankfurt 33 35 Millionen Euro VfL Wolfsburg 29,75 Millionen Euro FC Augsburg 14,9 Millionen Euro Allianz Berlin 13 Millionen Euro SC Freiburg 10 8 Millionen Euro Borussia Mönchengladbach 8 Millionen Euro FSV Mainz 057,3 Millionen Euro Werder Bremen 6,83 Millionen 1 Euro FC Heidenheim 6,5 Millionen Euro Holstein Kiel Zähling City der Woche 3,2 Millionen Euro FC St Pauli 1,8 Millionen Euro VfL Bochum 0 Millionen Euro B4 Kombin P4 Kiel autant Euro W 4,1 Millionen Euro